hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play world of warships wir haben wieder den kackhahn ausgekramt und sind unterwegs so ich fahre jetzt auch mal los ich habe mir erst mal ein bier eingeschüttet weil anders ist das hier nicht zu ertragen also nicht weil die gäbe weil die unser team so toll ist nein weil er zu warm ist also ich bin grad mal hier beim ton und bin mal am nachgucken das alles so wie es sein sollte ich höre es trotzdem nicht nach jetzt kommt die eddingberg ich wollte jetzt für die richelieu extra umladen auf he und jetzt ist die eddingberg in reichweid und jetzt habe ich natürlich nicht nachgeladen da hat auch voll eingedreht 2 durch mit 2000 park eine mogami ohne mit ohne tarnung mit ohne tarnung ohne tarnung mal gucken ob ich den treffe der eddingberg noch nein der mogami so nicht aber ich werde jetzt mal auf die eddingberg schießen weil guck mal das verdammt und verschämt und da kommt ich sehe ich habe die mogami zwar noch getroffen da nicht die mogami nicht die mogami die eddingberg so unsere eddingberg hat zerrissen ja jetzt haben sie die ach unsere mail hier im parkt hier im nebel unser mail hier im parkt jetzt ab so ich bin jetzt unsichtbar ich bin wieder sichtbar ah der fährt rüber und schießt auf dich sehr gut ich bin jetzt wieder unsichtbar und er hat mir noch richtig schaden reingehauen guck mal ob ich ihn treffe wieso bin ich sichtbar meine mumpel sind vorbeigegangen unser mail haut echt ab ey wieso kriege ich hier volltreffer ey die treffen mich ich bin überhaupt nicht sichtbar ich habe gerade 9000 verloren durch drei salven die ich voll getroffen habe bin natürlich rückwärts gefahren und nicht stehen geblieben super da steht unsere dnds gucken da hinten ach hier kommt ja noch eine richelieu hier hinten ich sehe es gerade die kümmern sich gar nicht guck mal wie man fahren da war eine maß los schokoriegel wo bist du hier hinten ist die hölle los schau ab hier ich bin ja allein hier sind ja 344 schiffe und da fährt noch mehr nach hinten rüber wechseln es insgesamt 15 auf der rechten seite und von hier vorne kommt noch eine richelieu ich bin nicht umladen auch da ist die richelieu jetzt super voll treffer mit hd dreimal anti-air rausgemacht das kann sein auf jeden fall könnte ich hier echt gut hilfe gebrauchen weil abhauen kann ich nicht ich versuchte jetzt abzufackeln hier aber das ist nicht so einfach so jetzt muss ich eindrehen da war der zerstörer joh, zitadelle gefressen schieß jetzt nochmal mit ap und danach mit he auf 7,9 km hat er eine streuung das ist ja nicht normal hinter mir kommt tors lang so tu es da um mit he auf die richelieu ja 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 ich bin die ganze zeit schon dran ich mache auch die breitzeit von der endgörde mache ich 4000er treffer so sie brennt die richelieu da ich drehe jetzt auf die richelieu sie hat gelöscht er hat gelöscht da hinten schießt noch was mit he einen abbrecher einen abbrecher auf die richelieu hast du jetzt verfickt gesagt nein noch nicht ich wollte aber verfickt sagen so richelieu brennt wieder ich habe frontal auf das scheiß schiff drauf geballert und nur einer ist hier naja man ist secondary ballert nicht ne jetzt fängt sie an und wie ich das sehe werde ich jetzt von einem tors getroffen auf vier kilometer mache ich auf vier kilometer mache ich ja dankeschön du bist der beste akazuki auf vier kilometer mache ich 3000 punkte auf den allen dörg auf vier kilometer kommt nicht mal eine entschuldigung oder so ne und dann achtung nö warum 5 9 ich habe ihn leider nicht bemelden ich kann ja schon mal war man guck dir den an mit dem wien noch eins ach der war's ich habe wieder auf hegeladen dann kann ich jetzt wieder auf die richelieu gehen und schluck bier trinken die akazuki parkt und ballert weiter mit tors ist im übrigen noch voll ja nicht wie du ach unsere mail ist auch noch voll unsere garant ist noch einer voll was hat denn für ein dummer sack das ist ja schon rot ach unser vierter zerstörer der auch noch lebt ist im übrigen auch noch voll ich wollte sagen deine punkte 66 ach dann sag ich dir nicht wie viel ich hab sie zu ziehen rein ach im übrigen ein einziges feuer hatte ich ne 4 5 und er muss weiter brennen nein tötet ihn nicht wir verlieren ja nein und ein kill und ich brenne und ich heile die idee ist von uns sind so nutzlos darfst du keinem erzählen 81 72 habe ich also habe ich dich doch es ist so und die akazuki hat jetzt die dingens rausgenommen die richtige neue hat auch wieder null genau steht wieder auf neu der hat es drauf der hat es drauf im übrigen links von dir hast du eine colorado ne 12,8 oh wo ist denn da 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 komm komm ein treffer jetzt und weg ist das ding komm 12.200 und der hat nur 695 erdingberg hat keinen bock mehr also ist mugami die nächste von rechts hast du 2 ich weiß dann treff mal was zur abwechslung nö mugami ist daneben gegangen wie sieht die colorado jetzt aus ja gewonnen jod sei dank dass das noch funktioniert hat hätte ich nicht mit gerechnet zerstört durch ein torpedo von Femmsthemen naja nicht mal eine entschuldigung oder eine achtung oder der ist aber zweiter ne der ist über dir tja naja hätte mich fast auch noch gekriegt mit der punkte tja war ja nicht mehr viel zum ketten da 209.000 darf ich behalten ähm 93.000 schaden habe ich gemacht 6 brände 60 treffer ich habe rednaut bekommen das heißt ich habe gut gebrannt ne gut dann sage ich mal danke fürs zuschauen erster und vierter platz in dem kackern ist ja gar nicht mehr so verkehrt und war noch ein sieg kommt noch dazu und wir sehen uns mal wieder in der nächsten runde bis dann tschüss wir sehen uns wie unsere die